So Leute, öffnen wir doch mal weitere Fortnite Sticker. Ich bin mal gespannt. Ich nehme das jetzt wieder mit meinem Handy auf, weil es ist viel besser, glaube ich. In diesem Sinne, schauen wir mal, was wir jetzt bekommen werden. Bin ich mal gespannt. Okay. Miras. Unterteil. Okay. Ja, kann sich sehen lassen. Okidoki. Okidoki. Jetzt nichts besonderes. Aber wir haben ja noch neun Packungen. In diesem Sinne machen wir nochmal weitere Packungen auf. Oh. Das kann was Gutes sein. Ah. Unterseite. Von Midas. Das heißt, wir haben Midas komplett, Leute. Wir haben Midas komplett. So sieht dann Midas Oberteil, Unterteil und so sieht es dann komplett aus. Also wenn man das genau klebt. So. Sieht schick aus, muss ich sagen. Nice, nice, nice. Midas haben wir also komplett. So. Was haben wir noch? Okay. Eggball Spray. Jetzt nichts besonderes. Hm. Ja, den hatten wir schon. Oh, das sieht nice aus. So, weiter geht es mit dem Auspacken. Und zwar hier goldene Sticker. So. So, Midas hatten wir komplett. Schauen wir mal, was wir hier finden werden. So. Haben wir einmal den. Haben wir einmal die. Oh, was ist das? Klaver Team Leader. Sieht ja nice aus. Ihn und ihn. So, nächste Packung. Machen wir mal auf. Oh. Oh ja, Dead Eye. Geil, 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 Leute. Dead Eye. Geil, geil, geil. Sieht nice aus. Dead Eye. Oh, Fischskin. Aber ich glaube, den hatten wir schon mal. Dann ihn. Dann diesen Skin. Den. Okay. Nächste Packung. Machen wir es auf. und ein schöner Skin. Sieht nice aus. Wie ich finde. Sehr schön. Als nächstes. Chick. Dann Eisfisch. Pack Leader. Hazard. Iris. Nice, nice, nice. Das heißt, nichts Besonderes. Boah. So, nächste Packung. Leute, schnell öffnen. Oh, ein Fahrzeug. Goldig. Den Truck. Sieht das nice aus. Dann, ja, diesen Skin habe ich auch. Den haben die meisten nicht. Geil. Jo. Leben. Bandagen. Schildpotion. Und sie. Sehr schön. Gefällt mir echt gut bis jetzt. Kaum doppelte, Leute. Bis jetzt haben wir echt mega Glück. So, als nächstes haben wir sie. Wunderbar. Oh, ein Emote. Katzen Emote. Jo. Nice. Den hatten wir schon mal. Und sie. so. So, vorletzte Packung. Mach es einfach mal auf. Unterteil. Den Skin hatten wir, glaube ich. Oh. Jawohl. Oberteil. und External Knight. Ja, das sieht nice aus. Schön, schön, schön. Letzte Packung, Leute. Ziehen wir da jetzt was ganz krasses. Ich würde mich mega freuen. Schauen wir mal, ob wir so viel Glück haben. Ja, da ist irgendetwas. Wow. Jawohl. Schieber. Sieht schon nice aus, muss ich sagen. Okay, den hatten wir schon. Jawohl. Kommt was besseres. Hm. Oberteil. Ja. Ja. Kuscheldings. Ne, Metall. Metalldings. Kuschel. Jo. Das war's mit dem Video. Lass mir ein Like da. Ich sag ciao, ciao. Ich sage olhos. 뿌� Brewskan kurz. Untertitelung des ZDF, 2020